Guckst du, schnell geht's, man ist in der Wüste, der Haas kommt, tot. Guck, der Haas wollt mich auch grad angreifen, aber ich hab ihn zum Glück noch erwischt. Die Drecksau. Scheint, dass hier alle tot ist. Bläder Haas. Bläder Karnickel, du hene. Warte, mach die Frage, Don. Ey, kuck, das ist voll die Natur, ey. Na, wer kennt's? Boah, krass. Ich will auf die Straße. Ich will da ohne. Ich bin da ohne. Ist dir noch ein besserer Schlüter als meiner, da? Aber der hier sieht's schnell... Fuck, 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 fuck. Der weiße vielleicht? Der weiße sieht auch ganz schön gay aus, ne? Nehmen wir uns mal diesen grau-blauen Flitzer. Wenn wir freuen, dann würd ich jetzt sagen, der ist doch nett, der ist doch ganz klar Schaumol. Der findet irgendwelche Farben und dauerndes. Ich komm da nicht ganz mit. Gelmausi. Nein, ich kann die Farben einfach nicht. Also ich kenn nicht so viele. Grün, blau, rot, gelb, orange. Und der hört's auch schon auf. Okay, Cyan, okay. Ist das jetzt Cyan? Ist das vielleicht Petrol? Was? Wie so ein Box-Office stehen. Na, ist das Zeug, das ist günstig, aah! Hallo. Well, hi. How can I help you? Mein Name ist Franklin. And I'm fucking amazing. Hi, I'm Franklin. Oh, uh, yeah, look. Warte, was haben wir denn hier? Lass mich mal gucken. All right, all right. I don't wanna hurt you. Oh, oh. Ich wollt nur das, ich wollt nur das Glas kaputt machen. Hat er das Geld wieder aufgehoben, der Dreck-Arsch? Nein, nein. Hey, es war knapp, gell? Achtung, Madam, bitte helfen Sie mir, bitte. Sie legt sich einfach hin in die Bank. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Ah, der hat die Frau druckgeschlagen. Wo bleibt die Polizei, wenn sowas geschieht? Mensch. Nein. Nein, ich möchte nicht, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Oh. Rieche ich da etwa eine Waffe? Oh. Er schießt nochmal. Ich dachte, man kackt sich ein, wenn man stirbt, aber dass man nochmal abdrückt. Also die Waffe, welch? Hallo, Neues. Nein, 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 nein. Mittelfinger-Power. Oh, ich kann ja zerschießen, stimmt ja. Aus. Guckst du dir auch? Oh, oh. Wir sind voll das Verkehrschaos provoziert. Leute. Ähm, Leute. Leute, gar kein Problem. Mein Auto. Oh, ein neues Auto. Danke. Danke. Wie schießt man denn da? Wie schieß ich denn jetzt damit? Schieß! Hä? Habe ich doch nicht gelernt, aus dem Auto zu schießen. Kann das doch Franklin noch nicht. Franklin kann dafür das. Oh, shit. Oh, ein Auto. Wumm. Wumm. Ha, 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 ha. Oh nein, Fußgänger. Oh. Franklin, das war aber eine vollzügliche Rettung. Ach so. Bindesmotorrad, das ich vorhin schon haben wollte. Und fahr einfach da vorne. So, stehen wir liegen. Monsieur? Oh, ho, ho. I believe I can... Ah. Aber er lebt noch, oder? Das weiß er nicht so hoch. Der Rohde fährt einfach immerhin drüber. Ah. That's crazy. That's crazy. Franklin's shenanigans on the construction site. Ha, 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 ha. Hatschießen. Ich bin unbewaffnet Mensch. Oh. Ich hab doch gar keine Waffe-Karten. Ich hab eine Verletzung on the back. Glück gehabt, Madame. Glück gehabt. Oder vielleicht doch nicht. Oh, no, wie ungeschickt. Kann ich Ihnen helfen? Ha? Kann ich Ihnen helfen? Nein. Danke fürs Geld. Ähm. Mhm. 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 Ja, 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 ja. Gib mir das Auto, dog. Ich dachte, ich bin da drin tot. Er chillt einfach. Er ist so gechillt, dass er gestorben ist. An einem Gegenteil von einem Herzinfarkt. Das Herz ist einfach zu gesund und stirbt dann. Oder so. Bist du mit der... Oh. Ähm. Ich will einfach nur noch hinzufahren, bitte. Okay, Officer. Ha, 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 ha. That's a fair trade. Ah, können Sie mir vielleicht sagen, wie ich fahren muss? Hallo? Wie muss ich hier fahren? Bitte. Oh, 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 wie muss ich hier fahren? Wie muss ich hier fahren? Schneid, wie muss ich hier fahren? Jetzt sagt doch... Oh, Leute, das scheint keine gute Idee zu sein. Oder die Schienen zu rennen. Okay, Leute, wir rennen gerade von den verrückten Politisten weg, die einfach auf uns schießen. Sind sie hinter uns. Okay, ich weiß nicht, wie man so laufen kann. Vorwärts. Und dann irgendwie... Einmal das Genick gebrochen, bitte. Ich renne mit meinem Freund Jason. Durch die Tunnel. Wir haben Angst vor verbrennenden Pennern. Jason! Er ist durch die Bahn durchgerannt, Jason, du Lügenbaron. Böse Tunnel? Guter Tunnel. Böse Tunnel? Guter Tunnel. Der gute Tunnel hat mich zu einem Ziel geführt, äh, der böse. Ich m'appelle... Boris Will. Was? Hallo, was? Ein schönes Waffenarsenal hast du da. Es wäre doch wirklich zu schade, wenn dir was... geschehen würde. Äh, warum kann ich hier nicht abknallen? Keiner... Kann ich jetzt auf hier drin keine Waffe ziehen? Entschuldigen Sie, Madam. Ähm, du hast dir einfach Dreck fallen gelassen. I'm gonna fuck you up, bitch! Man lässt sich einfach Dreck fallen! Ich heb das jetzt auf. Kann man das nicht irgendwie aufheben? Das ist schwierig. Naja. Ich steige jetzt einfach mal auf mein Badass-Mobil. Wuhu! Oh, oh yeah! Oh, fuck! Oh! Die Alte wird wiederbelebt. Vielleicht räumt sie da ab dann auf. Los, Männer! Macht mal was! Männer! Die Frau ist immer noch tot! Und hier, schaut mal. Das muss vom Mörder sein. Ich will mich verarschen. Ihr rettet die Leute gar nicht, ihr Schweine. Alter, wollt ihr mich verarschen? Seine Töter wollen mich töten. Aber, aber mein, aber mein Roller ist doch viel zu schön. Achtung, Madam. Äh, ich mein, Vorsicht, Kalle. Nein, nicht wegrennen. Ich will ein Actionheld sein. Und zwar. Verrückguck. Action Hero. Hallo? Fire? Ah. Das war nicht wirklich Action-lastig. Ja, das war nicht so gut. Also Leute, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Es hat Spaß gemacht. GTA ist, äh, geil. Immer geil. Und ja. Ich freu mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Der Franklin, der freut sich auch schon, wisch? Also bis zum nächsten Mal, gell? Ciao, ciao! Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben. Ja, 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 ja. Ja. I'm everywhere. I'm everywhere. I'm everywhere.